Hallo, hier ist das Pilzglockenspiel, ein super interessantes Outdoor-Klangobjekt. Die Schlägel sind fest verankert und man kann dann hier spielen. Und das Schöne ist, man kann die Klänge auch südeln, wenn man das hier anfasst oder modulieren. Und auch das Ganze mit der Hand spielen. Das war der neueste Beitrag vom Alton-Kanal. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns auf ein Like und ein Abo. Alle wichtigen Infos zu Alton und unseren Instrumenten findet ihr in der Videobeschreibung. Bis bald!